Musik Bo hier wieder mit dem nächsten Teil. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt euer Schlagzeug aufgebaut gekriegt. Jetzt wollt ihr wissen, wie sitze ich, wie halte ich eigentlich die Stöcke, bevor ihr die ersten Unterrichtsstunden nehmt. Und das probiere ich mal so kurz wie möglich zu machen. Es gibt unendlich viele Techniken und Wahrheiten zu diesem Thema. Der eine sagt so, der andere sagt so. Zum Thema Stockhaltung und Sitzposition gibt es aber nicht ganz so viele Meinungen. Da gibt es einfach ein paar Sachen, wenn man die richtig macht, dann fährt man eigentlich schon ganz gut. Ich fange mal mit dem Thema Sitzposition an. Das Erste und Einfachste, was jeder kann, ist hinsetzen und den Rücken gerade machen. Ihr werdet merken, wenn ihr anderthalb Stunden übt und den Rücken krumm macht, dann gibt er euch einen Arschtritt. Das ist nämlich nicht besonders bequem. Also, Rücken gerade machen. Dann hatten wir in dem Video zum Thema Setaufbau schon das mit den Füßen geklärt. Wir setzen uns also in eine bequeme Position und stellen die Füße auf die beiden Pedale. Dann stellen wir die Sitzhöhe ein. Die Sitzhöhe ist nicht ganz unsichtig. Man sagt, wenn ich sitze, soll der Oberschenkel parallel zum Boden verlaufen. Das kann ein bisschen variieren. Ich sitze gerne einen kleinen Tacken höher und mein Oberschenkel verläuft ein bisschen schräg runter. Es gibt Leute, die sitzen noch ein bisschen höher. Das kann variieren, aber so habt ihr eine grobe Richtlinie. Und dann zur Entfernung vom Set sagt man dann wiederum, der Oberschenkel ist parallel zum Boden. Die Füße stehen auf den Pedalen. Und dann sollte der Winkel zwischen eurem Oberschenkel und eurem Unterschenkel mindestens 90 Grad groß sein. Kann man das hier sehen? Sehr gut. Wenn ihr das habt, könnt ihr nicht ganz viel verkehrt machen. Das ist einfach anatomisch begründet. Wenn ihr also einen Winkel habt, der kleiner ist als 90 Grad zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, dann wird es ganz schwer, den Fuß locker zu bewegen. Das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren und dann werdet ihr merken, mit der Fußspitze tippen, wenn der Winkel deutlich kleiner ist, ist es fast unmöglich. Wohingegen, wenn ihr weit genug weg sitzt und dieser Winkel da ist, dann ist es relativ einfach mit der Fußspitze zu tippen. Dann haben wir schon mal so ganz grob die richtige Sitzposition. Dann gucken wir mal, was die Hände machen. Und zwar mache ich immer einen kleinen Test. Das heißt, ich setze mich hin, gehe davon aus, meine Füße stehen richtig und dann lasse ich beide Arme einfach baumeln. So, jetzt lege ich beide Hände so bequem wie möglich auf meine Oberschenkel. Dann passiert dieses hier. Und dann guckt mal auf eure Hände, dann habt ihr den Handrücken automatisch oben. Ich kenne kaum jemanden, der sich bequem so hinsetzt. Also, man hat den Handrücken oben. Und das ist die Position, in der ihr bequem sitzt. Das heißt, das ist auch die Position, in der ihr bequem Schlagzeug spielt. Also, den Handrücken oben. Wenn ihr jetzt die Hände leicht anhebt, habt ihr komplett die Position, die ihr zum Schlagzeugspielen braucht. Ich nehme jetzt mal einen Stock und bewege meine Hand nicht und nehme den einfach nur hier in die Hand. Das gleiche mache ich rechts auch. Dann ergibt sich folgendes Bild. Das kann man, glaube ich, in der Kamera oben ganz gut sehen. Ihr habt hier einen Knick. Euer Arm ist komplett gerade. Das Handgelenk hat sich nicht bewegt. Das ist immer noch bequem. Dadurch, dass ihr den Stock locker haltet, ergibt sich hier ein kleiner Winkel. Und das in beiden Händen. Dann kommen die Stockspitzen im Idealfall ungefähr mittig der Snare zusammen. Und dann habt ihr die bequemstmögliche Position zum Schlagzeugspielen. Ich wiederhole das nochmal, weil das wirklich wichtig ist. Also, ich lasse die Arme baumeln, lege die Hände auf den Oberschenkel, kontrolliere, ob meine Handrücken oben sind. Hebe die Hände einfach nur leicht an, als wäre ich so eine Marionette und einer zieht hier an so einem Bindfaden. Hebe meine Hände locker an. Nehme die Stöcke in die Hand. Und dann habe ich hier diesen Winkel, hier diesen Winkel und habe eine super bequeme Position. Meine Muskeln hier werden überhaupt nicht beansprucht, weil mein Oberarm immer noch locker rumbaumelt. Ich habe hier keine nach vorne oder nach hinten Bewegung. Ich muss nichts irgendwie halten. Das ist die bequemstmögliche Position, die ich am Schlagzeug habe. Und die habe ich im Prinzip auch, wenn ich nicht auf das Snare spiele. Wenn ich jetzt mal die Hand zur Hi-Hat nehme, natürlich muss ich meinen Arm ein kleines bisschen dahin bewegen. Aber an dieser Drehung des Handrückens ändert sich nichts. Ich muss nicht irgendwas verdrehen. Ich komme mit beiden Händen aus dieser bequemen Position überall hin. Klar? Gut, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Denkt dran, Handrücken oben. Locker sein. Wenn ihr irgendwas machen müsst, was euch irgendwie anstrengt, dann müsst ihr diese Schritte nochmal durchgehen, weil dann macht ihr was verkehrt. Weil das hier ist nicht anstrengend. Und zwar gar nicht. Okay? Gut. Sitzposition, Stockhaltung geklärt. Wie fasse ich den Stock eigentlich an? Wenn jetzt ein ehemaliger Tennisspieler bei euch dabei ist, dann wird er vermutlich hier so sitzen. Und den Stock irgendwie halten wie so ein Baseballschläger oder ein Tennisschläger. Das sollte nicht der Fall sein. Also, im Prinzip halten wir den Stock, ich zeige das mal mit der rechten Hand, nur mit diesen beiden Fingern. Mit dem Daumen und diesem ersten Knick von dem Zeigefinger. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, um den Stock zu halten. Ich kann mehr oder weniger Druck mit dem Daumen ausüben, aber eigentlich halte ich den Stock nur hier. Die anderen drei Finger der Hand liegen einfach nur locker am Stock dran. Die drücken nicht zu, die brauchen nichts weitermachen. Die sorgen nur dafür, dass der Stock nicht sonst wohin kann. Die kommen einfach locker an den Stock. Der Stock legt sich hier in diese Kuhle und alles ist gut. Ich habe hier zwischen Daumen und Zeigefinger eine kleine Lücke. Da kann ich im Idealfall auch irgendwie den anderen Stock durchstecken. Das heißt, ich greife nicht zu fest. Und das ist meine Stockhaltung. Es gibt später Techniken, da wird man das aufbrechen müssen, aber eins nach dem anderen. Erstmal kontrollieren, ob das mit beiden Händen klar ist. Daumen und Zeigefinger, die anderen drei Finger an den Stock. Hier unten den Stock in die Kuhle. Und das ist alles, was ich brauche. Jetzt habe ich mein Schlagzeug zusammengebaut. Ich weiß, wie ich sitze. Ich weiß, welche Wege ich gehen kann. Und ich weiß, wie ich den Stock halte. Und jetzt kann es im Prinzip mit den ersten Unterrichtsstunden losgehen. An der Haltung werden wir immer noch wieder arbeiten müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Handrücken oben, Stock locker halten. Wir brauchen für nichts Kraft. Wenn ihr das alles beherzigt, werdet ihr auf jeden Fall gut damit fahren. So, dann würde ich sagen, geht es los mit den ersten Unterrichtseinheiten. Und ich wünsche euch dabei auf jeden Fall dann viel Spaß. Bis dahin. 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 Bis dahin.